Ein Produktmanager ist für verschiedene Aktivitäten im Zusammenhang mit der Produktentwicklung verantwortlich. Kurz gesagt, wir können die Arbeit eines Produktmanagers am besten als die Konzeption und Realisierung neuer Produkte oder Dienstleistungen beschreiben. Eine der wichtigsten Aufgaben des Produktmanagers ist es, diesen Prozess optimal zu steuern. In den meisten Fällen arbeitet der Produktmanager mit mehreren Abteilungen zusammen, um dies zu erreichen. Ein Produktmanager sorgt dafür, dass aus neuen Ideen Realität wird. Der Schwerpunkt des Produktmanagers liegt in der Konzeptentwicklung und Produktentwicklung. Auch die Durchführung von Marktforschung im Hinblick auf neue Produkte gehört zur Arbeit des Produktmanagers. Ein Produktmanager ist für den gesamten Produktlebenszyklus verantwortlich, der Entwicklung, Marketing, Qualitätssicherung und finanzielle Ergebnisse umfasst. Auch logistische Fragen gehören in der Regel zur Arbeit des Produktmanagers. Darüber hinaus wägt der Produktmanager andere wichtige Faktoren gegeneinander ab, wie Demografie, wettbewerbsfähiges Angebot und die Übereinstimmung zwischen Produkt und Unternehmen. Die Arbeit eines Produktmanagers ist wichtig, denn für Unternehmen ist es wichtig, Produkte richtig zu entwickeln. Darüber hinaus muss der Bedarf an Produkten richtig eingeschätzt werden, um gute Ergebnisse zu erzielen. Als Produktmanager sind sie daher breit für die Produktentwicklung verantwortlich. Das bedeutet, dass der Produktmanager mit verschiedenen Abteilungen und Managern zusammenarbeitet, um das beste Ergebnis zu erzielen. Es ist nicht so, dass Produktmanager allein für die Entwicklung physischer Produkte verantwortlich sind. Ein Produktmanager kann auch für die Entwicklung neuer Dienstleistungen verantwortlich sein.